Wie können wir aus vielen georeferenzierten Daten noch mehr Daten erstellen und diese visualisieren? Anhand von einem echt umgesetzten Projekt, das wir im Herbst 2021 fertiggestellt haben, möchten wir dir erzählen, wie Open Source Software im öffentlichen Dienst umgesetzt werden kann. Wir, das ist zum einen mein Auftraggeber, der Landesbetrieb Faust Brandenburg, heute vertreten durch Thorsten Wiebke, der beschreiben wird, wie es zu dem Projekt gekommen ist, warum Open Source und vielleicht auch, wie du als Entwickler in so eine Ausschreibung reinkommst. Zum anderen erzähle ich etwas über die technische Umsetzung des Projekts. Ich bin Gerrit aka Grünecho. Ich bin seit 15 Jahren selbstständiger Softwareentwickler und seit etwa vier Jahren ausschließlich für die Forstwirtschaft und Forstwissenschaft tätig. Es geht um die Visualisierung von Daten, genauer um Verbissdaten und was das bedeutet, das schauen wir uns jetzt erstmal an. Wie schon gesagt, geht es in dem Projekt um Verbiss. Verbiss bedeutet, wie viel Prozent der Bäume in einem bestimmten abgesteckten Bereich sind verbissen. Das wird hochgerechnet auf die gesamte Fläche. Hier haben wir ein schönes Beispiel. Das ist eine Tanne, die wurde schon des älfteren verbissen. Das heißt, die Triebe und Knospen wurden abgebissen und das hemmt ganz extrem das Wachstum, wie man hier sehen kann. Der Baum ist geschätzt 15 Jahre alt, wurde gepflanzt, ist aber ungefähr nur 50 Zentimeter hoch. Danke Gerrit für die Einführung und ein herzliches Willkommen von mir an alle Zuhörer. Mein Name ist Thorsten Wiebke und ich arbeite als wissenschaftlicher Leiter für Waldinventuren hier am Landeskompetenzzentrum Forst übers Walde. Im Idealfall finden wir Verjogung vor, so wie hier. Allerdings wollen wir wissen, wie stark sich diese Entwicklung entmischt, wie sich die entwickelt hinsichtlich der Baumarktzusammensetzung. Wir möchten euch über die Umsetzung der Ergebnisdarstellung für die Inventur für Biss und Schäle berichten. Gerrit hat das euch am Beispiel der zurückgebliebenen Tannen gezeigt. Bei der Schäle reißen die Tiere die Rinde von den Bäumen und fressen sie auf. Das ist für die Bäume auch nicht sehr angenehm. Wir haben Daten von Erhebungen an über 45.000 Stichprobenpunkten im Wald. Dabei wurden im Abstand von 500 m Bäume auf ihren Verbissen und die Schäle untersucht. So eine aufwändige Inventur ist kein Selbstzweck. Die Daten sollen zur Informationen aufbereitet werden und diese sollen den Waldbesitzern bei der Unterstützung für ihren Wald dienen. Dafür brauchen Förster und Forstberater verständliche Tools. Bis jetzt berät der Förster den Waldbesitzer meistens analog. In vielen Veröffentlichungen findet man die Inszenierung von Menschen, die gemeinsam auf Karten gucken. In der Praxis und vor Ort ist das tatsächlich immer noch die geeignete Methode in der Beratung. Allerdings nur, wenn man vorher die Chance hatte, die geeigneten Informationsgrundlagen und die geeigneten Darstellungen zu identifizieren. Mit den Daten aus den landesweiten Verbisseninventuren wollen wir genau dahin. Hin zu anwenderfreundlichen und anwendergerechten Darstellungen und Bereitstellungen. Im bisherigen Verfahren haben wir diesbezüglich einige Schmerzpunkte. Ein Schmerzpunkt ist der, wie die Daten, die Informationen zum Nutzer kommen. Bisher wurde viel Wissen vorausgesetzt. Beispielsweise muss der Waldbesitzer wissen, wo er nach den Informationen suchen muss. Die Informationen waren schwer aufzufinden. Die Klickstrecke extrem lang und endete in einer Downloadmöglichkeit für eine PDF-Karte. Zweitens, wie sind die Ergebnisse aufbereitet? Bisher gab es unterschiedliche Darstellungsformen, die interpretiert werden mussten. Die an den Stichprobenpunkten bereitgestellten Informationen erfuhren keine Interpolation für die Fläche. Wie soll ein Waldbesitzer die verschiedenen Werte an Stichprobenpunkten für seine Fläche interpretieren? Ich will euch nachfolgend einen Überblick über die bisherige Klickstrecke und die Ergebnisse bringen. Zuerst muss auf den Seiten des Landesforstbetriebes Brandenburg die Seite des Landeskompetenzzentrums Forst gefunden werden. Dort findet sich der Beginn der Klickstrecke und zwar unter Wildschäden erfassen und vorbeugen. Hier muss der Waldbesitzer wissen, in welchem Jahr sein Waldgebiet in der Inventur war. Auf den jeweiligen Jahresseiten muss der Waldbesitzer dann den Landkreis oder die Hoheitsoberförsterei kennen, in denen sein Waldgebiet liegt. Danach das richtige Revier und er darf sich ein PDF herunterladen. Im PDF bezieht sich die Darstellung auf das Hoheitsrevier. Die Ergebnisse selber sind am Punkt dargestellt. In einigen Jahren gibt es dann auch noch unterschiedliche Karten zum Download. Einmal die Shield-Prozentkarte und die Verbissprozentkarte. Die Darstellung variiert zwischen den Jahren, ist aber immer wahnsinnig komplex. Hier jetzt die Darstellung für 2018. In 2020 gab es dann erstmals eine Interpretation der Informationen und eine flächige Darstellung. 2021 war dann ganz Brandenburg mit diesem Inventurverfahren aufgenommen und wir suchten nach einer Darstellung für das ganze Land. Das Ziel war, eine geeignete Darstellungsform aller Daten des Landes zu finden. Klar war, dass mit eigener Personalkapazität das nicht zu schaffen war. Es gab auch kaum Vorstellungen, wie man das technisch umsetzen kann. Gewünscht war deshalb eine kollaborative Umsetzung mit vielen Abstimmungen und, weil das Ziel klar war, aber eben nicht der Weg, auch ein agiles Vorgehensmodell. Inhaltlich beschränkte sich die Leistungsbeschreibung auf die Nutzung von Open-Source-Technologien, die flächenhafte Darstellung von punktweise erhobenen Daten mit entsprechender Erprobung und Diskussion. Die Daten sollten auf ein Geogrid möglichst H3 aggregiert werden und im ersten Ansatz wurde eine einfache inverse Distanzwichtung als Interpretationsmethode präferiert. Die Darstellung sollte möglichst offline-fähig in einem webbasierten Dashboard erfolgen. Der Weg von der Idee bis zum Auftrag, der ist in öffentlichen Verwaltungen nicht immer ganz einfach. Bei Vergabe von IT ist er unglaublich schwierig. Vor der Ausschreibung kommt die erst die interne Prüfung. Da wird geprüft, ob die Verschaffung überhaupt notwendig ist, ob sie inhaltlich passend ist, ob sie konform zum Betriebsablauf ist, ob sie konform zu den IT-Richtlinien ist und ob überhaupt Mittel eingeplant und vorhanden sind. All diese Prüfungen sind in der Sache richtig und notwendig. Ich will mich da nicht dagegen stellen. In diesem Fall war das aber eine Katastrophe, weil mit der vorliegenden Idee zur Entwicklung tauchten wirklich ungeahnte Schwierigkeiten auf. Die Leistungsbeschreibung, die sei nicht detailliert genug. Es fehlte die genaue Beschreibung, wie die Daten aggregiert und interpretiert und dargestellt werden sollten. Genau das sollte aber entwickelt werden. Die Anforderungen an die Firmen und die Entwickler, die wären nicht ausreichend, wurde mir gesagt. Ich soll doch bitte noch einen Studienabschluss und Mindestumsatz und mindestens eine Zertifizierung mit abfragen. Das sei alles ganz unbedingt notwendig. Klärt sich darüber die Kompetenz? Darüber hinaus sollte ich als Wissenschaftler für Waldematuren einen IT-Projektantrag stellen mit der Darstellung der Konformität zu den IT-Richtlinien, die ich nicht kenne, und ein IT-Sicherheitskonzept schreiben. Umfangreiche Beratungen, Diskussionen und Besprechungen folgten. Dass wir letztlich doch in die Vergabe gehen konnten, ging nur, weil die Leistung und damit das Risiko verringert wurde und die Zeit bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse vor dem Ministerium drängte. Als der Auftrag letztlich vergeben werden konnte, waren nur noch wenige Tage bis zur Ergebnispräsentation vor dem Ministerium. Ein lehrbuchhaftes, agiles Vorgehen erübrigte sich. Da verfürfolgten Videokonferenzen täglich Telefonate und Stunden vor dem Rechner, in denen ich auf GitHub und auf eine Ergebniswebseite dem Entwicklungsfortschritt zusehen und mitgestalten konnte. Kollaborative und agile Entwicklung heißt für die Bedarfsstelle ein höherer Aufwand, während der Bearbeitung nicht wie sonst üblich davor. Danke, Thorsten. Bevor wir in die Technik gehen, möchte ich gerne noch von Auftragnehmerseite die Anforderungen der Vergabestelle beurteilen. Ein Best-Practice-Beispiel von einem meiner Kunden. Eine Anforderung ist, nennen drei Referenzen, nennen drei Kontakte mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die können sich dann anrufen, können fragen, wie habe ich für die gearbeitet, war alles okay. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist der EVB-IT-Erstellungsvertrag, heißt ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen. So, genug vom Projektmanagement. Jetzt schauen wir uns an, warum wir das Projekt so umgesetzt haben, wie wir es eben gemacht haben. Das geht zurück auf die Zielgruppe, die in diesem Fall die Privatwaldbesitzer sind. In Deutschland haben wir relativ viele Kleinstprivatwaldbesitzer, deren Lebensinhalt vielleicht nicht der Wald selber ist. Dementsprechend sind sie vielleicht auch nicht gewillt, extra eine Applikation irgendwo runterzuladen, zu installieren und sich reinzuarbeiten. Wir brauchen also einen niederschwelligen Einstieg. Daher haben wir uns für eine webbasierte Applikation entschieden. Weil das Ganze auch im Wald funktionieren soll, muss das Ganze auch offline verfügbar sein. Daher Progressive Web Application. Der Unterschied zwischen einer ganz normalen Webseite ist eigentlich nur ein Manifest, was wir brauchen und ein Service Worker. Den schauen wir uns später allerdings auch noch an. Der Auftrag ist also angenommen. Das Projekt kann losgehen. Das erste, was ich gemacht habe, ist ein Repository angelegt. Ich habe Thorsten hinzugefügt und habe das Lastenheft in Form von Issues eingefügt. Für die Leute, die sich mit GitHub nicht auskennen oder anderen Versionierungstools. Das ist die Ordnerstruktur von dem Projekt, was wir durchgeführt haben. Sobald ich irgendwo Änderungen mache und das haben wir in diesem Fall täglich gemacht, bekommt Thorsten eine Nachricht, wenn er das möchte. Und auch wenn Issues geclosed werden, bekommt er eine Nachricht. Wir haben das Repository angelegt und wir können wirklich mit der Datenverarbeitung anfangen. Ich habe von Thorsten ein SQLite Format bekommen, das wir uns in QGIS öffnen können. Wenn wir mal reinzoomen, dann sehen wir auch die Abstände der einzelnen Aufnahmepunkte, die Thorsten angesprochen hat. Wir möchten das Ganze umformatieren in ein Format, was wir auch weiter benutzen und weiterverarbeiten können. Wir wählen zum einen WGS 84 aus, nehmen natürlich nur die Attribute, die wir wirklich brauchen und können erstmal alle Layer einzeln exportieren. Wir haben allerdings nicht genug Punkte. Wir müssen nämlich noch auf die komplette Waldfläche in Brandenburg interpolieren. Hierzu gab es die Auswahl, AirPython, Node.js. Ich habe mich für Node.js entschieden, weil ich es für am skalierbarsten empfinde. Um das Ganze hoch zu interpolieren, brauchen wir noch die Waldfläche, die habe ich auch von Thorsten als GeoJSON bekommen. Wir brauchen allerdings nur die Punkte, war ja auch eine Vorgabe des Auftraggebers, nur die Punkte in einem H3 Grid. Für die Leute, die H3 nicht kennen, hier eine schöne Grafik, die ich euch zeigen kann. Es gibt in dem Grid auch verschiedene Zoom-Stufen, die wir auch so in dem Projekt umgesetzt haben und zwar auch drei Stück von groß bis eben kleinen Hexagonen. Wenn wir auf das kleinste Grid von H3 interpolieren, kommen wir auf eine Datenmenge von etwa eine Million Datensätze über die ganze Waldfläche Brandenburgs. Der Ablauf der Entwicklung ist wahrscheinlich jedem klar. Wir wählen uns ein Framework aus, was gut zu dem Projekt passt. Wir programmieren, machen eine Progressive Web Application daraus, wie schon angesprochen. Dokumentation, Testing fällt weg, weil wir nur 13 Tage haben. Deployment ist schon vorbereitet, weil wir mit GitHub Pages arbeiten. Fangen wir also vorne an. Wir wählen ein passendes Framework für uns aus. Und genau hierfür habe ich ein kleines Template geschrieben. Hiermit kann ich überprüfen, welche Datenmenge auf welchem Framework noch gut funktioniert. Das installiere ich mit einem Befehl. Jetzt wird das Projekt geklont. Die Dependents werden installiert und wird automatisch auf meinem Localhost deployed. Das Ganze basiert auf Svelte. Das ist sowas wie die, die es nicht kennen. Sowas wie Angular, Vue und so weiter. Jetzt sehen wir schon die Karte angezeigt in DECT GL. Das ist erstmal Default. Der Datensatz ist auch der, den wir gerade aus QGIS exportiert haben. Das Template, by the way, ist auch Open Source. Ihr könnt es praktisch nutzen, wenn ihr es wollt. Wenn ihr testen wollt, welches Framework euch besser passt. Wenn ihr das macht, könnt ihr einfach in die Config gehen und dann seht ihr hier unter Framework die Möglichkeit, die Auswahl zwischen DECT GL, Leaflet und Open Layers. Genauso machen wir das jetzt. Wir nutzen jetzt einfach Leaflet als Framework mit genau denselben Daten und schauen uns an, wie es da aussieht. Leaflet funktioniert also auch. Es wird geladen. Sobald ich aber navigieren möchte, fängt es deutlich an zu ruckeln. Also es ist inzwischen so langsam geworden, dass man es kaum noch anbieten möchte. Fällt also raus, wir versuchen es noch mal mit Open Layers. Wir sehen, es funktioniert ein bisschen besser. Ich kann zoomen, ich kann mich hin und her navigieren, aber es ruckelt auch noch zu viel, um es dem Kunden anbieten zu können. Von daher alles wieder zurück auf DECT GL. Und genau so haben wir uns auch dafür entschieden, DECT GL zu nutzen. Abgesehen davon, wir haben jetzt erstmal nur die Daten genommen, die wir aus QGIS exportiert haben. Das waren 100.000. Wir werden später auch einen Layer ausprobieren, der eine Million Datensätze hat. Machen wir den Stresstest doch gleich. Ich habe eine Datei gefunden, die 1.093.000 Datensätze beinhaltet. Man darf nicht vergessen, diese Datei ist etwa 150 Megabyte groß und kann so im Netz natürlich nicht angezeigt werden. Kleiner Spoiler, deshalb haben wir unsere Daten in mehrere Pakete aufgeteilt. Wir haben auch nicht GeoJSON benutzt zum Schluss, sondern CSV-Dateien, die dann zum Schluss auch noch gepackt wurden. Aber auch DECT GL wurde geladen und sobald wir uns bewegen, läuft es erstaunlich flüssig. Es fühlt sich natürlich an, man hat kaum Ruckler. Versuchen wir allerdings noch mal eine Laufzeitanalyse und schauen, wie viel Frames per Second wir hinbekommen. Wir haben gesehen, während der Ladezeit kommen wir auf ein Minimum Frames per Second bei 0,1. Im laufenden Betrieb, ich habe jetzt schon mehrere Tests gemacht, kommen wir auf etwa 20 Frames per Second. Somit steht also fest, wir entscheiden uns für DECT GL. Als nächstes schauen wir uns an, wie wir aus einer normalen Webseite eine Progressive Web App machen. Dazu brauchen wir. Hier befindet sich die Information im Docs Folder. Das ist einmal das Manifest, was wir brauchen und ein Service Worker. Der Service legt fest, was wir cachen wollen, was praktisch offline nachher zur Verfügung steht und definiert, wie es gecached werden soll. Das ist in dem Bereich. Im Manifest steht drin, welche Icons wir benutzen wollen. Wenn installiert wird, dann wird es auf dem Screen einen Button geben, auf dem Homescreen, über den wir dann in die Applikation navigieren können. Wir haben es also jetzt geschafft, unsere Daten performant auf eine Karte zu bekommen. Der Rest ist eigentlich nur noch Fleißarbeit. Schauen wir uns an, was bei der Fleißarbeit rausgekommen ist. In unserem Repository findet ihr den Link. Der zeigt auf den Docs Folder und zeigt die fertige Applikation an. Auf der rechten Seite, wie wir es kennen, eine DECT GL Karte, hier ausgeschnitten und ein Menü der zwei verschiedenen Aufnahmen. Einmal Shell Prozent, wie Thorsten es erzählt hat, und Verbissprozent. Die Farben animieren. Auf der linken Seite haben wir eine Text Navigation, die ist in Plain JavaScript geschrieben. Sobald wir auf eine Oberförsterei gehen, wird auf den Bereich gesummt, der ausgewählt wurde. Und sobald wir das Revier Eberswalde auch auswählen, dann wird hierhin gesummt. Wir haben die Möglichkeit, wie bei DECT GL üblich, über Commands auf Mac oder Steuerung auf Windows in den 3D View zu wechseln. Das wird hier in diesem Fall auch noch animiert. Die ganze Karte sieht so aus. Und sobald wir in Shell Prozent wechseln, animiert die Karte. Soweit von mir. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dann komme ich wieder zurück zur Präsentation. Bei einer großen Dienstberatung am 13.10. zusammen mit dem Ministerium löste die Anwendung große Begeisterung aus. Alle waren begeistert von der Darstellung, von der Darstellungsform, begeistert von der Möglichkeit der Verwendung auf Tablets in der Beratung. Aber schon auf dieser Beratung, erst recht danach, herrschte einigermaßen Ratlosigkeit darüber, wie man die Anwendung in die Informationslandschaft des Betriebes integriert. Zusammenfassend aus Auftraggebersicht. Diese Form der Entwicklung und der Zusammenarbeit erzeugte betriebsintern die größten Hindernisse und Schwierigkeiten. Und das vor allem aus den bestehenden Vorurteilen und personellen Überlastungen der Kollegen heraus. Eine kollaborative und agile Entwicklung bedeutet auch einen höheren Zeit- und Arbeitsaufwand für den Auftraggeber, in dem Fall die Bedarfsstelle, während der Entwicklung. Sie führt aber zu innovativen und technisch umsetzbaren Lösungen. Meiner Meinung nach ist so ein Vorgehen grundsätzlich empfehlenswert für Verwaltung. Jedenfalls, wenn Klarheit über die notwendigen Leistungen besteht. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Fragen und Hinweise und die Diskussionen mit euch. Ich habe aber noch ein paar Fragen mitgebracht, um den Dialog ein bisschen voranzutreiben und falls mich einfach selbst interessiert. Die erste bezieht sich auf die Interpretation. Eine Interpretation solcher Informationen im Wald ist nicht ganz trivial, weil in der Realität sehr viele Parameter auf die Werte einwirken. Welche Ideen habt ihr für einen interaktiven Wechsel der Interpretationsmethoden und der Interpretationsparameter sowie eine Feedback-Funktion der Nutzer? Die nächste Frage bezieht sich auf Open Source Software und agile Vorgehensmodelle. Welche Methoden und Strategien fallen euch ein, um das Wissen, die Einstellung und die Vorurteile, um Open Source Software und agile Vorgehensmodelle zu beeinflussen? Und zuletzt, welche Ideen habt ihr, um Wissenschaftlern in Verwaltung bei Leistungsbeschreibungen für IT-Entwicklung und bei der Kommunikation mit Entwicklern zu unterstützen? Ich freue mich auf eure Antworten. Ich freue mich auf eure Fragen. Ich freue mich auf die Diskussion. Danke. Ja, vielen Dank für diesen wirklich interessanten, spannenden, toll gemachten Vortrag. Es hat wirklich Spaß gemacht, hier zuzusehen und ja, auch ganz begeistert von diesem wirklich innovativen Ansatz am Anfang hier, dass mal ein Vosges Vortrag im Wald beginnt. Sicher sehr spannend. Wir haben viele Fragen. Ich fange mal mit der Höchstgewoteten an. Das ist, hatte der Erstellungsvertrag einen fixen finanziellen Rahmen. Wie wurde die agile Entwicklung dort abgebildet? Feste Arbeitspakete oder fachliche Anforderungen? Das geht an dich, Thorsten, würde ich sagen, oder? Ich denke auch, geht an mich. Also wir haben die Vergabe, hatte vorher eine Ausschreibung beinhaltet. Es gab da entsprechend den Anforderungen der Bedarfsstelle eine feste Leistungsbeschreibung mit festen Punkten, die erfüllt werden mussten. Und dann ist das ja so, dass unsere Bedarfsstelle, unsere Beschaffungsstelle darauf besteht, dass der Billigste gewinnt. Und so sind wir zum Auftrag gekommen mit einem fixen Preis und haben dabei halt eben auch ganz entgegen von Agilität ganz feste Leistungsbestandteile gehabt, die aber eben so formuliert waren, dass eigentlich nur die Ziele da waren. Die Frage soweit beantwortet? Ja, ich denke doch schon. Hattet ihr vielleicht eine Rückfrage dazu? Meinerseits hattet ihr irgendwie noch die Möglichkeit, vielleicht den Preis so ein bisschen, nicht so als ganz ausschlaggebend das dritte Kriterium zu machen? Da hat man ein bisschen Spielraum bei diesen Vergabeverträgen in der Regel. Theoretisch hat man den. Theoretisch ist es so, dass das wirtschaftlichste Angebot gewinnt und Wirtschaftlichkeit muss vorher definiert werden. Es ist aber so, dass die Beschaffungsstelle darauf besteht, dass mindestens zu 60 Prozent der Preis den Ausschlag macht. Die zweite Frage geht an den Entwickler. Gerrit, wenn nur die Performance oder Featurezahl entscheidend ist, gewinnt er nicht immer DECGL immer vor OL und Leaflet oder vor Open Layers und Leaflet oder gibt es andere Parameter, die den Einsatz von Open Layers oder Leaflet empfehlen würden? Zur ersten Teilfrage, ja, würde immer DECGL gewinnen in dem Fall. Das ist aber eine ganz persönliche Entscheidung, die man hier treffen muss. Ich persönlich, wirklich nur von meiner persönlichen Seite, würde sagen, wenn es sehr schnell gehen muss, dann würde ich auf jeden Fall Leaflet benutzen, Open Layers, wenn ich möglichst flexibel arbeiten möchte, wenn ich noch nicht weiß, worauf ich hinaus möchte. DECGL ist im Vergleich zu den Anarbeiten relativ kompliziert einzubinden. Alles hat wirklich seinen Pro. Vermutlich könnten wir auch bei Open Layers dann WebGL-Renderer nehmen, oder? Genau. Vermutlich, ne? Genau. Die Frage zum Vertragsmanagement und der Vergabe für das Projekt. Thema EVBIT-Verträge steht jetzt noch eine Frage im Raum. Ich denke, die haben wir schon ein bisschen angerissen. Die würde ich jetzt mal außen vor lassen. Dann ist noch die nächsthöhere Frage, welches Vergabeverfahren wurde gewählt? Also vielleicht bezieht sich das darauf, welcher EVBIT-Vertrag, könnte ich mir vorstellen vielleicht, aber... Ne, das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Das Vergabeverfahren, was dann gewählt wird, ist ja abhängig vom Preis, also vom Risiko für den potenziellen Auftraggeber, für den Haushalt. In dem Fall war das eine Verhandlungsvergabe, so heißt das in Brandenburg, woanders würde das beschränkte Ausschreibung heißen. Das heißt, man holt sich Angebote ein, dann also konkret, oder? Man gibt Firmen an, von denen dann die Beschaffungsstelle Angebote einholt. Vorher wird allerdings auch veröffentlicht, dass es dort in Zukunft eine Ausschreibung geben soll und man muss alle Firmen berücksichtigen, die dabei ein Interesse melden, es sei denn, man kann sich von vornherein mit irgendwas ausschließen. Gut, dann hätten wir noch eine letzte Frage, die geht auch nochmal an dich, Thorsten. Wie viel Erfahrung mit OSS hatten die Beteiligten beim Auftraggeber? Also es geht an dich, insofern deine Erfahrung und wahrscheinlich noch relevanter die Erfahrung in deinem Umfeld. Vielleicht dazu nochmal ein, zwei Sätze zum Abschluss. Also ich selbst bin ja die Bedarfsstelle in dem Augenblick und wenn alles durch ist, bin ich dann auch der Auftraggeber und ich habe relativ viel Erfahrung mit Open-Source-Software. Das Problem hierbei ist ja, dass das über die Beschaffungsstelle geht und die haben die Erfahrung eben nicht. Also quasi so mit einer der größten Hürden vielleicht in deinem Fall, dann könnte man was so sagen? Die allergrößte, genau, weil die Beschaffungsstelle ist inhaltlich darauf ausgerichtet, nach Katalog einzukaufen. Ja. samefline. Ja.